Ihr Lieben, ihr seht gerade, wir sind mal unterwegs gerade. Es gibt auch mal Tage, wo kein Reinkopf ist, das machen wir weiter. Aber guckt euch das mal an. Wir sind hier mitten, wir sind eigentlich gar nicht, bei uns zu Hause schneit es nicht, ne? Und ich habe Rübezahl gefunden. Da steht er. Oh ja. Ja, Rübezahl will ich glaube ich ein Runde Auto mitfahren. Es ist arschbar. Es ist wirklich kalt und es schneit wie verrückt. Schönen Rest Montag und genießt den Feiertag. Wir fahren zur nächsten Cool Location, mal gucken was. Wir haben uns erwartet. Es ist Sonntag, es ist Sonntag. Heute ist Montag, du Depp. Stimmt, heute ist die Montag. Ach, ist ja blöd. Einmal mit Profis auch weichen. So, eine kleine und feine Tour geht zu Ende. Wir machen uns jetzt noch was zu essen hier. Und ein fein ist jetzt der Ausblick ganz cool, oder? Der Wind geht auch gerade. Ja. Wir werden jetzt schön Rührei machen. Und dann fahren wir nach Hause. Das war's dann. Mein letzter Urlaubstag, morgen geht es wieder arbeiten. Scheiße. Aber ist halt so. Naja, das sieht doch mal gut aus. Moment. Gut. Ja, finde ich auch. Geil. Gut. Gut. Bis zum nächsten Mal.